Okay, das kann ich nur einschlagen. Ich sehe aber auf jeden Fall dahinter schon mal. Was Böses. Oh, der ist... Das ist so eine Variante. Ein bisschen Aua macht er ja schon. Muss ich zugeben. Da war ich noch nicht drin und... Au. Oh, jetzt habe ich... ...mit... ...den Weg. Ist der Weg wieder zu? Helele. Helele. Warte, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich nicht mehr dahin zurückkomme. Okay, ich lade noch mal. Hier war schon mal ein Hebel. Das bringen wir hier in die Haupthalle zurück. Okay. 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 Mhm. Naja, in die Haupthalle wollte ich ehrlich gesagt auch noch nicht zurück. Ist das eine Druckplatte? Nein. Hm. So, wenn ich hier reingehe... ...und mir die beiden Dinger schnapp, dann geht hier alles aus. Okay, ich habe hier zwei... ...und mir die Dinger schnapp. Okay. Aha. War das der Sinn der Übung? War das der Sinn der Übung? Hier hat das nämlich schon mal nichts gemacht... ...und hier auch nicht. Und das ist der Rückweg. Okay. War das schon immer da? Endurance Spellcasting... ...plus 30 Energy. Skill Stuff Defense. Also hat sich das schon erledigt, wer das kriegt. Und ich kriege zwei Skill Points. Okay. Feuer oder? Nee, Feuer, dass sie mehr Stärke hat. So, aber das da wieder rausnehmen, können wir nicht. Nee. 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 Der irrt auch hier rum und kann nichts machen. Nee. Au, au, au. 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 Hier sind keine Knüppel. Und hier ist nur der Ausgang. Und ein neuer Cross-Ski. Okay. Hm. Hier ist ein Teleport. Ach. Der Rückweg. Okay. Nö, aber ich bin hier unten definitiv noch nicht fertig. Ich habe aber gar nichts erreicht damit, dass ich hier jetzt drin war. Außer, dass ich einen neuen Cross-Ski halt habe. Aber ansonsten? Habe ich den da wieder gesettet? Wow. Junge, du hast eine lange Reichweite. Auch wenn das fast keinen Schaden macht. Ich hätte das nicht sagen sollen. Hätte das echt nicht sagen sollen. Naja, ich habe hier alles rumgelegt. Also raus hier. Okay. Das heißt, ich nehme als nächstes hier oben. Einfach die... Dusk-Dragons. Und guck mal, was mich da erwartet. Warte, was da hatten wir doch schon war. Die können nix. Ja, wegen dir wollte ich halt nicht wirklich weiter reingehen. Ja. Ja. Gut. wir haben zu viele leere flaschen ganz ehrlich was sind wir noch hier machst du okay warum wollen wir hier wehtun do not concern yourself with craps they will leave you alone eventually okay die sind nicht so aus ob sie uns allein lassen will die sieht ja so aus als ob sie uns nerven will gut hey das ist ja tatsächlich der andere raum der wir vorhin gesehen hatten ja oh sind das sind das etwa die gruben aus denen das eis dann kommt au der gut so so das 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 ist bin es ich level ab okay level was kann ich dir noch geben mehr extra für mehr lebenspunkte hier ist ein geheimgang hat Oh! Ich wollte eigentlich gerade sagen, der sieht ein bisschen böse aus, aber scheinbar nicht. Die Fjordian Dragon were always found in the Game Stones and the Enchanted Stones. Also ja, die Fjordian Drachen, also Fjordian wird wahrscheinlich irgendein Ort sein, lieben ihre Edelsteine und ihre verzauberten Steine und die Drachenbrut wird niemals zufrieden sein, wenn sie nicht dieselben Reichtümer besitzt. Ein Force Cap. Und ja, ich muss wirklich demnächst meine Rast einlegen. Das sieht aus wie einer von den Steinen, die ich im Hauptraum brauche nachher. Jetzt regeneriere ich aber mal ein bisschen hoch. Vor allem sein Mana ist wichtig, weil er die Heilung hat. Ich glaube sie hat ja auch eine Heilung. Muss ich mal gucken, wie die nochmal ging. Bilder kommen auf. Da geht's. Das geht's. I-M-D,! Vielen Dank.